I'm dreaming of a white oster. Ja liebe Freunde da ist WeitlerTV am 29. März 2013 und es ist der Wahnsinn, schaut euch das an. Ich bin am Skiweg nach Eisenstadt und es ist alles Wetter. Es ist ein Wahnsinn und ich weiß nicht mehr was ich da soll. Die Klimawärmung mag uns nicht und jetzt muss ich noch schief an. Das ist brutal. Aber trotzdem wünsche ich euch frohe Ostern und alles Gute und oder nein, tut leid.